Die Let's Dance-Profis Patrizia und Alexandro Ionel sind bereits Eltern eines Sohnes. Im Netz machten sie nun eine strahlende Verkündung. Alexandro Patrizia Ionel, ein Geschwisterlichen für Sohn Noelis. Vor kurzem ist die 16. Staffel von Let's Dance zu Ende gegangen, für Patrizia Ionel mit einem großen Erfolg. Die 28-jährige Profitänzerin tanzte sich zusammen mit Ex-Kunstturner Philipp Beul, 35, bis ins Finale und belegte schließlich einen sensationellen dritten Platz. Auch privat könnte es für Patrizia nicht besser laufen. Seit vier Jahren ist sie nun schon mit ihrem Let's Dance-Kollegen Alexandro Ionel, 28, liiert. Seit Januar 2022 sind die beiden sogar verheiratet. Im gleichen Monat erblickte auch ihr Sohnemann Noelis, 1, das Licht der Welt. Nun gibt es wunderschöne Neuigkeiten von Patrizia und Alexandro Ionel. Sie wünschen sich sehnlichst ein Geschwisterlichen für ihren kleinen Sohn. Bis das Paar die frohe Botschaft verkündet. Dauert es womöglich auch gar nicht mehr so lang? Familienplanung ist noch lange nicht abgeschlossen. Karriere und Kind unter einen Hut bekommen? Für die beiden Let's Dance-Stars kein Problem. Sie gehen in ihrer Elternrolle förmlich auf. Gut möglich, dass schon sehr bald nicht nur Noelis Backstage bei der Tanzshow umherkrabbelt, sondern auch ein kleines Geschwisterchen. Denn als Patrizia jetzt auf Instagram bei einem QA von einem Fan gefragt wurde. Ob Alexandro und sie sich noch weitere Kinder wünschen, entgegnete sie strahlend. Ja. 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 Wir wollen auf jeden Fall noch ein zweites Baby oder sogar ein drittes vielleicht. Alexandro, der im Flieger neben seiner Frau saß, fügte hinzu. Mal schauen, was der liebe Gott uns so schenkt. Wir sind Familienmenschen und genießen die Zeit mit unserem Sohn sehr. Ein Zuwachs irgendwann wäre sehr schön. Wie schön, wir drücken Patrizia und Alexandro die Daumen.